Projekte sollten erst dann umgesetzt werden, wenn die Ziele klar sind. Das klingt trivial, ist es aber nicht. Viele Teams nehmen sich am Anfang von Projekten viel zu wenig Zeit, über gemeinsame Ziele zu sprechen. Dabei sind Ziele wichtig und es lohnt sich. Denn gemeinsame Ziele helfen, Kurs zu halten, wenn man das Projekt entwickelt und auch in schwierigen Zeiten nicht zu vergessen, wo die Reise hingehen soll. Es motiviert die Teammitglieder und hilft, nach außen zu kommunizieren. Außerdem weiß man, wann die Ziele erreicht sind, wenn sie gut definiert sind. Schließlich möchte man als Team diese vielleicht auch feiern können. Häufig werden Wirkungsziele mit Aktivitäten oder Indikatoren verwechselt. Beschreiben Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Veranstaltung planen, nicht als Ziel der Veranstaltung, dass diese stattfindet, sondern beschreiben Sie als Ziel, welche Veränderungen Sie am Ende bei den Teilnehmenden sehen möchten oder auch gesamtgesellschaftlich. Dabei ist es klar, dass die Auswirkungen auf die Teilnehmenden wesentlich direkter und auch leichter messbar ist als die auf die Gesamtgesellschaft. Hier können wir häufig nur einen kleinen Beitrag leisten. Formulieren Sie Ihre Wirkungsziele so, dass Sie einen positiven Ist-Zustand beschreiben. Zum Beispiel, die Schülerinnen und Schüler, die an unserem Workshop teilgenommen haben, haben ein Jahr später einen Ausbildungsplatz gefunden. Um zu überprüfen, ob Ihre Ziele gut genug formuliert sind, können Sie das SMART-Prinzip verwenden. Ihre Ziele sollten spezifisch, also eindeutig sein, messbar, von den Beteiligten akzeptiert, sie sollten realistisch sein und sie sollten terminiert sein, das heißt einen Endzeitpunkt haben, zu dem Sie sie erreicht haben möchten. Versuchen Sie dabei nicht, zwei Ziele miteinander zu vermengen. Zum Beispiel, Schülerinnen und Schüler haben einen Ausbildungsplatz gefunden und bestreiten ihren Lebensunterhalt, wären zwei Ziele in einem. Betrachten Sie die wirklich als zwei verschiedene Ziele. Wirkungsorientierte Ziele sind die Grundlage für wirkungsorientierte Projektarbeit und dessen Steuerung. Deshalb nehmen Sie sich Zeit im Team, schreiben Sie gemeinsam die Ziele auf. Es lohnt sich wirklich im Projektalltag.